Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir machen jetzt die Bonus-Episode, das Auweia des Tages. Denn wir haben Xerox mit knapp einem Part abgeschlossen. Aber, ja gut. Ja doch, nee, zwei Parts. Zwei Parts, glaube ich, waren das. Egal. Ähm, eines Nachts in der Gilde. Hey, Sonnflora, sieh mal. Der Mond sieht heute wirklich toll aus. Huch, Sonnflora. Was machst du da? Was? Du schreibst etwas. Auweia, 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 auweia. Äh, was? Ah, jetzt verstehe ich. Das muss sein. Du hast angefangen, ein Tagebuch zu führen, nicht wahr, Sonnflora? Oh, ja. Oh, meinen vergangenen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, von nur an ein Tagebuch zu führen. Oh, das ist mir irgendwie unglaublich peinlich. Aber ich stelle mich bloß an. Ich werde versuchen, jeden Tag etwas hineinzuschreiben. Das ist großartig. Gib dein Bestes an, Flora. Und mach dir keine Sorgen. Ich werde nicht versuchen, mich darin zu lesen. Oh, mich darin lesen? Oh, das ist nicht erlaubt. Oh, ganz und gar nicht. Wenn es jemand heimlich lesen würde. Auweia, 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 auweia. Nun, äh, und wenn es nur ein ganz kurzes Durchblätter wäre? Nein, gar nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Oh, viel zu peinlich. Auweia. Oh Gott, ey. Die ganze Zeit in dieser Stimme zu reden, das wäre wahrscheinlich... Auweia, auweia, auweia. Anstrengend. Naja. Ich bin so ein Flora. Oh, ich bin ein Gildenlehrling. Das Leben in der Gilde gefällt mir sehr gut. Ich mag Schätze, wirklich gerne. Das Training macht einen Riesenspaß. Seitdem ich in der Gilde bin, habe ich meine Erkundelfähigkeiten wirklich verbessert. Okay. Vor einigen Tagen wurde ich zum Gildmeister gerufen. Oh, ich war nervös. Ich war mir nicht sicher, weswegen ich nach mir fragte. Also ging ich zur Kammer des Gildmeisters, um es auch zu finden. Auweia, wo ich wurde gelobt, weil ich wirklich hart gearbeitet und mich auf Erkundung gut angestellt hatte. Auweia, was habe ich mich gefreut. Ich freue mich so sehr, dass ich Angst hatte, zu platzen. Aber, okay. Aber an meinem Selbstvertrauen könnte ich noch etwas arbeiten. Deswegen möchte ich noch viel vom Gildenmeister lernen. Oh Gott. Ich mag die anderen Gildenlehrlinge wirklich sehr. Es macht Spaß, gemeinsam Zeit zu verbringen. Alle hier sind sehr freundlich zu mir, dass ich in dieser Gild trainieren darf. Das macht mich unbeschreiblich glücklich. Aber in Bezug auf meine Freunde, da gibt es noch etwas Besorgniserregendes zu berichten. Oh, Kra-Kra-Krakelo. Ah, hm. Hm. Okay. Kommen wir zu dem, was mir Sorgen bereitet. Ich bin in letzter Zeit nicht sonderlich gut mit Krakelo ausgekommen. Gemeinsame Erkundungen mit Krakelo bin ich sogar ferngeblieben. Krakelo ist einmal trotz meiner Erfahrungen blind in einen Dungeon eingerannt, woraufhin wir beide K.O. gegangen sind. Als ich zu mir kam, wurde mir klar, dass wir beide das Bewusstsein verloren hatten. Trotz meiner Warnungen. Unglaublich. Seit jenem Tag haben Krakelo und ich uns nicht in die Augen legen können. Das macht mir Sorgen. Aber es ist alles seine Schuld. Nach diesem übenden Fehlverhalten hat sich Krakelo nicht einmal entschuldigt. Das ist einfach unverzeihlich. Okay. Ah, das ist jetzt eine Flora. Oh, hallo, Plauderguy. Ich habe doch dich gesucht. Es gibt halt was, was ich mit dir besprechen möchte. Komm bitte mit. Oh, ja, besprechen? Oh, ja, was das so bedeutet. Euiei, ey. Ich bin jetzt schon angenervt von meiner Stimme. Ohne Witz, wie sollt ihr euch denn fühlen, wenn ich schon genervt bin? Euiei, huch. Oh, jo, ober, wach, meister Magnison. Hallo, Sonnflora. Aber Magnison besucht uns wegen eines speziellen Anliegens. Ein spezielles Anliegen? Stimmt genau. Wir haben in letzter Zeit leider Probleme mit der Festnahme eines bestimmten Ganovens gehabt. Wir haben alles versucht, aber er ist nicht geschafft, ihn zu fangen. Um diesen Ganoven geht es. Oh, Apollo, okay. Sein Name ist Apollo. Er ist ein Ganoven der Kategorie S. Er ist auch bekannt als der unbesiegbare Apollo. Oh, unbesiegbar. Stimmt genau. Egal wie oft man ihn K.O. gehen lässt, er taucht immer wieder auf, als wäre nichts geschehen. Dieser Apollo scheint wirklich unbesiegbar. Deswegen konnten wir ihn bisher noch nicht dingfest machen. Oh, ein unbesiegbares Pokémon. Oh, Apollo. Also, komm, Oberwachmeister Magnison. Um die Dienste eines Erfahrungen erkunden, dass der Gilder in Anspruch zu nehmen. Der Gildenmeister hat dem Oberwachmeister jemand empfohlen. Sonnflora, diese Empfehlung bist du. Oh, was? Ich? Sonnflora, deine Fähigkeiten überragen die der anderen Gilderlinge. Auch ich glaube an dich. Oh, Gildenmeister, ich. Oh, 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 Gildenmeister. Es gibt nur ein Problem. Leider gibt es kein Pokémon, das dich begleiten könnte. Alle anderen sind mit ihren Gildenpflichten beschäftigt. Alleine die Neuankömmliche wären da. Apropos Neuankömmliche. Wir haben Tibor Buggepack zur Erkundung des Wasserfalls geschickt. Und Pidiza ist schlichtweg nicht erfahren genug. Er kann das noch nicht. Oh, er ist schon unloblich, blau, der Geil. Ich schaffe das schon alleine. Gut, wir möchten dir nur nicht zu viel zumuten, aber wir zählen auf dich. Zit, Apollo ist in die Quellhöhle entkommen. Zit, Zit, dem Magnetiloreport zufolge hält er sich dort versteckt. Zit, Zit, wenn du dich jetzt aufmachst, sollst du ihn ohne Probleme einholen können. Oh, die Quellhöhle, also. Kein Problem. Gut, ich bin schon unterwegs, Gildenmeister. Nein, Moment noch. Ja, bitte. Die Quellhöhle ist in der Nähe der heißen Quelle. Das heißt, unter ihr fließt Lava. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dort auf Feuerpokémon zu treffen, recht hoch. Oh, noch etwas. Apollo ist ein Giftpokémon. Oh, du sprichst die verschiedenen Pokémon-Typen an. Oh, genau. Oh, ich bin ein Pflanzenpokémon, das heißt, Angriff von Feuer sowie von Gift riecht mir großen Schaden an. Ich glaube ja kaum, dass in der Quellhöhle nur schwache Pokémon auf mich lauern. Ich sollte Vorsicht walten lassen. Alles andere wäre leichtsinnig. Oh Gott, ey. Da du diesen Auftrag erledigst, Flora, nehme ich an, dass es keine großen Probleme geben dürfte. Ich gehe nur auf Nummer sicher, man weiß ja nie. Ja, vielen Dank dafür. War das der persönliche Auftrag des Geldmeisters? Ich darf keine Schwäche zeigen. Solange ich mich gut vorbereiten kann, dürfte es kein Problem sein. Das würde ein leichter Sieg werden. Ja, du machst das schon. Genau. Eieiei. Ei, ei, ei. Huh. Aber es war vielleicht nervös, einfach so aus dem Nichts heraus gefragt zu werden. Aber schließlich war es ein direkter Auftrag des Geldmeisters von Hawaii, aber nicht froh. Als Repräsentant in der Gilt, da musste ich mich von der besten Seite zeigen. Ich muss mich anstrengen und Apollo-Dinkers machen. Also besser nicht tröden und das Vorbereiten. Äh, mit der Vorbereitung, damit ich los kann. Okay. In der Hauptrolle wirst du Geschichte mit Sonn Flora spielen. Ja. Das habe ich mir schon so gedacht, irgendwie. Muss ich ja mal zugeben. Hm. Ei, 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 ei. Dim, 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 dim. So, wir können doch sicherlich was aus dem Lager etc. mitnehmen. Hat Sonn Flora? Nein, natürlich hat Sonn Flora keine Items dabei. Dö, dö, dim, 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 dö, dim. Nehmen. Was möchtest du nehmen? Ja, was nehmen wir denn? Ähm. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einen Defensschal. Äh, nehmen wir mal Georox mit Äpfel. Sinelbeeren. Nicht Sinel. Sinelbeeren auf jeden Fall. Gegen Feuer-Pokémon ist das immer ganz gut. Und nochmal zwei Top-Baleks hier. Hm, wir könnten auch nochmal eine Attacke irgendwie. Äh. Energiewall? Ich weiß ja nicht. Äh, Gigasauger könnten wir auf jeden Fall geben. Ja, geben wir mal noch Gigasauger, so ein Flora, dann ist alles trash. Es laggt ein wenig. Äh. Sorgen, Sam, was ist das denn? Das ist wirklich mal ein schlaflos Effekt. Äh, ja gut. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, geben wir so ein Flora Gigasauger. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt hier so ein Flora die ganzen Attacken beibringen. Auch bevor wir jetzt irgendwie die Gildenabschlussprüfung erledigt haben oder so. Hat so ein Flora die Attacken dann, auch wenn wir gegen sie kämpfen, in der Gildenabschlussprüfung, belebersamen. Ich will diesen belebersamen haben. Gibt es noch irgendwelche coolen Attacken hier? Äh, nein. Okay, ich will noch schnell den belebersamen holen. Und es laggt. Es laggt, es laggt, es laggt. Äh, 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 äh. Mh, mh, 800, genau. Außerdem ist es ja eigentlich nicht so ein Floras-Konto stand, ne? Und auch nicht so ein Floras-Lager. Aber okay. Äh, bitte einmal das... Das Belebersamen, ja, den Belebersamen mitnehmen. Und ey, diese Lags gerade. CPU-Auslastung ist halt wieder mega hoch. Warum auch immer. Ich könnte mal eben... Moment. Das hier schließen. Könnte ich nochmal eben das hier beenden, das hier beenden. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Ja, nicht unbedingt. CPU-Auslastung ist immer noch hoch. Mich würde mal interessieren gleich, warum sie so hoch ist. Gucken wir uns gleich mal an. Mh, Quellhöhle, genau. Mal sehen. Was zieht denn so viel? Nichts zieht wirklich übel viel. Hä? Alles klar. Keine Ahnung, ey. Also gut, bevor ich mich auf den Weg mache, sollte ich mir einen Auftrag bestätigen. Ich muss den Genoven Apollo fangen. Oberwachmeister Mankison sagte, dass ich ihn schnell erwischen kann, wenn ich mich direkt auf den Weg mache. Aber wenn ich mich etwas beeile, habe ich ihn ruckzuck erledigt. Ja. Jo, alles klar, ich bin unterwegs. Jo. Welches Level ist so ein Flora eigentlich? Sehe ich ja jetzt auch. 29, okay. Das ist Grasflöter eigentlich. Äh, Schlaf. Okay. Gegner in Schlaf versetzen ist... Doch, kann man machen. Ist okay. Ist eigentlich echt ganz gut. Mh, mh, mh. Wow. Quellhöhle ist ja sehr feuerlastig, finde ich. Überall Wasser. Oh, wir haben noch einen Belebersamm aufgehoben. Wie? Warte. Ja, wir haben noch einen Belebersamm aufgehoben. Schön. Sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Sinebeere nehmen wir auch mit. Okay. Ja, vielleicht werden wir die Mitte des Dungeons erreicht haben oder so. Und dann weitergehen. Ist wahrscheinlich eher Feuer. Gucken wir mal. Dö, 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 dö. Ach komm, warum sind hier denn überall Sackgassen? Ja, gg. Überall Sackgassen. Das ist ja mal schön. Ach komm. Oh. Dass wir auch so viel daneben hauen, ist ätzend. Äh, nee. Erst mal den weiter angreifen. Ey. Danke. Sackgassen. Oh. 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 Komm schon. Alter. Alter, was ist das? Ich kann es nicht fassen. BTF. Danke. Alter. Als ob die, 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 ähm. Der Sandwirbel von Knackleon so viel Genauigkeit gesenkt hat, ey. Kann doch nicht wahrsteigen. Das kann doch nicht wahrsteigen. Mh, 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 mh. Dim, dim. Dö, 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 dö. Okay. Da ist ein Laden. Auch nicht schlecht. Könnten wir auch gleich mal hinklubschen. Aber wir haben eh kein Geld. Wir haben eh kein Geld. Oder wie viel haben wir? Na, 300. Ja, okay. Dafür könnten wir irgendwas... Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Treppe, Treppe. Und ein Item noch. Okay, Eisendorn. Nehmen wir gerne mit. Was? Wow. Wir sind ja weit gekommen, du. Also, es war ja echt ein krasser Dungeon. Oh, ich bin ein ganz schönes... Ein gutes Stückchen weit gekommen. Oh, steckt die Salpolle, du? Er ist noch tief in die Höhle geflohen. Hey, du. Ja, du. Was hast du da gerade gesagt? Sag bloß, du suchst mich. Oh, wie ist das? Oh, ich höre dich, aber ich kann dich nicht sehen. Du siehst mich nicht? Wenn das so ist, werde ich mich zeigen. Oh, weihau. Du hast mich erschreckt. Ich bin Alpollo. Wenn du nach mir suchst, dann musst du ein Narcunda sein. Oh, ganz genau. Mein Name ist Sonflora. Ich bin gekommen, um dich festzunehmen. Mich festzunehmen? Das hört sich ja interessant an. Hey Sonflora, warum glaubst du, taucht ein Ganove wie ich genau vor deiner Nase auf? Vielleicht, weil ich noch nicht gefangen worden bin. Alle Erkunder, die es je probiert haben. Sie haben aufgegeben und ihr Selbstvertrauen verloren. Diese Form der Enttäuschung. Ich erteile dir gerne eine Lektion, wie sich das so anfühlt. Nur zu. Alles klar. Was ist denn mit E-Mail? So, ähm. Hat Grasflöte eine bestimmte Range? Äh. Trefferquote. Äh. Nach vorne über die Ecke. Jetzt ist es eine bestimmte Range? Okay, nein. Alter. Danke, dass du zu mir kommst. Ja, mit Gigasorger bin ich eigentlich sehr gut dabei, denke ich. Ja. Wir haben noch zwei Belebersamen. Ich wurde eingeschläfert. Super. Grasflöte will ich auch gleich mal einsetzen. Nachdem ich eine Sienelbeere eingesetzt habe. Heieiei. Bloß keine Nase. Tiefschlag, okay. Alles gut. Grasflöte. Schön. Zack. Zack. Und wir haben es besiegt. Das war ja einfach. Wow. Waaah. Gah. Ah, puh. Ich habe es irgendwie geschafft, ihn auszuschalten. Ach, naja. Dieser Apollo hatte wohl ein großes Mundfeld. Gesteckt nichts hinterhinter. Hm. Der bewegt sich nicht mehr. Sieht so, es ist, dass er K.O. gegangen. Also, also beeile ich mich besser. Nehme mich fest. Juhu. Auf, auf, auf. Oh, oh, oh. Oh, oh. Es ist so hell. Oh, ich sehe nichts. Oh, oh, oh. Oh, 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 was? Ich habe... Oh, ich weiß doch, dass ich ihn gerade auf die Bretter geschickt habe. Warum ist der Platz nicht wieder munter? Hast du gesehen? Es ist unmöglich, mich festwärtig zu machen. Du fragst warum? Tja, das ist, soweit ich unbesiegbar bin. Unbesiegbar? Ich erinnere mich. Komm schon, Rückblende, echt jetzt? Ja, unbesiegbare Apollo, genau. Ja, das hatten wir eben schon. Das muss ich jetzt nicht nochmal... Unbedingt. Lesen. Unbesiegbare Apollo, ho. Ganz egal, wie viel Schaden ich abbekomme, das macht mir gar nichts aus. Anders als bei dir, du kriegst im Kampf ordentlich was ab. Und letzten Endes wirst du ermüden. Daher weißt du bereits, wer von uns beiden heute zuerst aufgeben wird. Und zwar du. So wie alle anderen Erkunder, da die hier waren, versuchte mich zu stellen. Oh. Bestehst du? Mich zu fassen ist unmöglich. Nun, gib schon endlich auf. Oh, oh. Oh, oh. Oh, weia. Oh, ich werde ihm einfach nicht mehr zuhören. Du denkst, ein kleiner Rückschlag wie dieser reicht aus, damit ich aufgebe? Oh, ich werde ihn weiterjagen und am Ende festnehmen. Da kannst du sicher sein. Oh, nur. Warum? Warum ist er unbesiegbar? Ich denke, er verschafft oder er erschafft eine Illusion von sich selbst. So, irgendwie. Wisst ihr, wie ich das meine? So wie Groudon damals. War ja auch nur eine Illusion von Selfie, glaube ich. Oder Westprint. Oder Turbots. Nicht Selfie, glaube ich. Aber naja, Leute. Wir beenden jetzt hier erstmal den Part. Hui. Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder. Haut rein.